hallo liebe lego fans und herzlich willkommen zur zweiten episode des minifiguren vergleichs lego versus no name produkte und nachdem wir uns in der letzten episode um diese mandalorianer und das mall gekümmert haben schauen wir uns in dieser woche phase 2 klone an da habe ich wieder ein paar mitgebracht die wir uns im detail mal anschauen wir beginnen mal mit der 332 infanterie und ja die figur geht dieses jahr bei lego übrigens eol also end of life die fliegt dann aus dem programm dann wird die wahrscheinlich etwas teurer werden als sie jetzt sowieso schon ist und da es eine exklusive figur ist wird sie auch wahrscheinlich nicht mehr ganz so oft geben und wir schauen uns natürlich mal im minifiguren vergleich hier direkt die helmpartie an und man kann sehen die no name figur diesen ist deutlich kürzer von der schnauze her allerdings muss ich sagen sieht der shape der lego figur immer aus wie so ein bisschen wie so ein langgezogener schnabel ich denke ein mittel ding zwischen den beiden figuren wäre perfekt gewesen von daher kann ich hier jetzt keinen punkt an irgendjemanden geben wir sind natürlich nur die lego figuren gewohnt und deswegen sagt man immer ja okay der lego shape vom mold her ist auf jeden fall der bessere kann ich jetzt nicht ganz bestätigen allerdings der print gefällt mir mit dem light orange deutlich besser als mit diesem etwas kräftigeren signal orange und ja die wangenpartie ist hier bei lego noch mal etwas mehr untermalt mit diesem schwarzen strich allerdings ist es eine clone wars figur und ich weiß gar nicht ob bei clone wars dieser stirnreif mit da drin war blende ich euch gleich mal eben ein bild mit ein damit man das mal vergleichen kann wer hier designtechnisch das bessere modell getroffen hat wir machen dann mal weiter mit dem torso der ist bei der rechten figur deutlich detaillierter viel fenigraner aufgebaut allerdings unterscheiden die sich vom vom design her nicht ganz so doll sie haben zwar ein paar mehr linien ein bisschen mehr schattierung als bei der lego figur und der blauton ist etwas kräftiger ich muss sagen der dunkle blauton ist natürlich mehr an revenge of the cis angelehnt die clone wars varianten waren etwas heller und von daher auch immer geschmackssache bei solchen figuren was ich natürlich sehr cool finde ist hier die schulterpolster beziehungsweise die schulterplatten die hier in blau noch geprintet sind und gibt dem ganzen deutlich mehr details und hier auf der seite hat man noch einen kommunikat kommunikator aufgezeichnet den hat lego natürlich nicht genauso wie die seitliche bein bedruckung und auch auf der rückseite die bein bedruckung ist bei lego nie vorhanden wir machen weiter mit der 501 und hier gibt es gar nicht so viel neues zu sehen denn beide hersteller ob lego oder der non im hersteller benutzen hier denselben torso und das gleiche bein teil für diese mini figur ist ja auch richtig weil die 332 aus der 501 zum ende der klonkriege entstanden ist und deswegen schauen wir uns hier nur einmal den helm genau an auch hier hat lego wieder diesen schwarzen streifen der die wangenpartie etwas unter malt der shape ist natürlich bei beiden helden gleich und man kann hier deutlich sehen dass bei dem non im hersteller der helm etwas kleiner ist dadurch der maßstab zwischen körper und kopf etwas besser passt allerdings es ist immer noch eine lego figur und die darf auch wie lego aussehen von daher ist es auch hier wieder geschmackssache ob wir eine realistischere figur haben möchtet oder wirklich ein spielzeug also eine lego figur und da tun sich beide nichts muss muss wirklich sagen da sind die wirklich todschick die prinz im gesicht sind auch hier wieder etwas dunkler bei der lego figur haben wir basierend auf clone wars so sagt zumindest lego diesen stirnstreifen der ist hier bei der rechten variante weggelassen worden wenn man sich doch mal anguckt ist auf jeden fall dieser stirnstreifen nicht vorhanden von daher ist die figur da etwas näher an der realität dran schön finde ich bei den helmen dass man hier noch einen rangefinder oder vielleicht sogar ein visier anstecken kann und das macht die figur natürlich ein bisschen cooler als bei lego also ich freue mich auch wenn irgendwann mal ein neuer helm rauskommt vielleicht sogar für commander kody der dann auch ein loch hat um ein visier an den helm anzustecken wir bleiben bei der 501 und schwenken rüber zu captain rex und das ist natürlich mittlerweile eine sehr teure figur geworden die phase 2 captain rex und und von daher ist es auch mal interessant da eine alternative sich genau anzugucken allerdings muss ich auf den ersten blick sagen gefallen mir die grünen akzente der nachgemachten figur irgendwie überhaupt nicht also wenn ich mir die schweißnaht angucke gerade im helmen bereich die ist bei lego sehr dezent und hier bei der anderen figur gibt es da noch so einen goldenen stirnreif und die naht ist auch so grün gold gehalten kann ich irgendwie mich nicht ganz so mit anfreunden auch die position dieser seitlichen punkte auf dem helm ist zwar kleiner und dezenter allerdings finde ich die position doch etwas merkwürdig was ich allerdings gut finde ist die mundpartie beziehungsweise hier dieses atemgerät das ist so gut geprintet dass es aussieht also wenn es fast schon ein dual molded helm ist lego hat hier nur auf dem ja auf den eckpunkten diese lüftungs öffnung angedeutet durch einen print da muss ich sagen das gefällt mir bei der nachgemachten figur deutlich besser wir schwenken auch direkt mal rüber zu dem ersten stoffteil und das ist bei lego natürlich sehr groß ja finde ich jetzt bei der custom figur deutlich akkurater schöner die form ist besser das steht auch wirklich schön ab an der seite kann man gut falten und gibt der figur auf jeden fall ein richtig cooles highlight kann man auch sehr gut dann für andere figuren oder originale figuren verwenden also ich finde diese schulterpolster macht hier schon einiges her der torso print ist bei beiden figuren ähnlich außer dass wir jetzt bei der rechten figur anstatt diese matsch spritzer diese grünen akzente haben wie gesagt da kann ich mich nicht ganz so mit anfreunden allerdings auch diese brusttasche die oben drauf sitzt ist auch hier etwas die definierter als bei lego finde ich jetzt in dem fall hebt sich das dann zueinander ein bisschen auf wir gucken uns einmal die arme an lego hat in dieser phase noch blaue arme bei den klonen truppen der 501 verbaut später im 501 battle pack oder die 501 legion dieses set wurden dann halt wieder weiß gelassen hier haben wir bei der nachgemachten figur einen schönen print auf den schultern ich fand den print allerdings der anderen figuren gerade etwas besser als die von captain rex ist aber auch wahrscheinlich geschmackssache immerhin besser als einfach nur blaue oder weiße arme der nächste stoff fetzen mit dem wir uns beschäftigen ist hier dieses bein teil und das was jetzt bei dem leku leku heißt es leku ne leku war von ahsoka dieses schulterpolster was jetzt bei der custom figur gespart worden ist gibt es jetzt hier ein bisschen mehr als stoff in dem bein teil ich muss allerdings sagen dass es vom print her noch mal echt cool aber zu groß also dass das ist sieht aus wie so ein riesengroßer rock das finde ich ehrlich gesagt in schwarz dezent gehalten dann von lego etwas schöner wobei das bei lego nicht ganz so schön fällt und an den ecken doch sehr eckig aussieht da hat man mit einem größeren stoff fetzen hier natürlich mehr möglichkeiten da eine bessere bein rundung rein zu bekommen die beine sind bei der custom figur wieder rundum geprintet sieht man natürlich jetzt nicht ganz so schön durch diesen riesengroßen stoff fetzen der darum hängt ja ist noch eine schöne ergänzung ist jetzt nicht so detailliert wie bei den anderen figuren allerdings immerhin noch ein bisschen besser und akkurater als bei lego ich muss sagen ich bin von beiden figuren total fan außer die grünen accenten die gefallen mir überhaupt nicht und ich bin mal gespannt ob es noch mal eine neue captain rex figur gibt ich hoffe es dass die auch so ein bisschen aufgewertet wird mit ein paar anderen details ich denke aber die ist so exklusiv mittlerweile bei den sammlern dass es auch nur zu fair wäre mal eine auf den markt zu schmeißen damit auch andere noch mal die chance aufgewertet haben diese schöne minifigur zu bekommen die coruscant guard ist mit einer meiner lieblingsfiguren und ja gab es exklusiv nur in einem set von lego und deswegen ist es natürlich schade dass davon so wenige auf dem markt sind ich glaube das set ist damals ziemlich gefloppt und deswegen müsst ihr hier schon um die 40 euro für so eine figur bezahlen und da schaut man natürlich gerne mal nach alternativen und da habe ich natürlich diese figur hier auch gefunden fangen wieder mit dem helm an und die munter partie ist hier deutlich besser geprintet bei lego allerdings die wangen finde ich cool dass hier noch ein paar rote akzente mit dabei sind ich habe die figur wirklich nicht bespielt oder irgendwas mitgemacht nur ich habe das gefühl dass bei der nachgemachten figur der print gerade im stirnbereich dieses diese fächer dass die schon ziemlich abgegriffen wirken ist natürlich von der qualität dann etwas schlechter der shape ist genau der gleiche wie die anderen custom figuren die ich gerade schon gezeigt habe genauso wie bei lego auch der phase 2 helm immer derselbe ist wie auch bei den anderen figuren gibt es hier einen armprint hier auch mit einem com link wieder aufgedruckt lego hatte derzeit ganz wenig figuren nur mit armprints und natürlich gibt es dann hier nur die roten arme und wir gucken uns den torso einmal von vorne an der hat deutlich coolere prints als bei lego liegt aber einfach daran dass hier mehr details mit eingebaut sind man muss aber dazu sagen die eine figur ist jetzt halt schon irgendwie acht jahre alt die linke lego figur da war natürlich auch die drucktechnik vielleicht noch nicht ganz so ausgereift wie jetzt zum beispiel hier rechts mit einem niegelnagel neuen uv drucker wo man natürlich auch ganz andere form machen kann und ja die auflage wird natürlich bei lego deutlich höher sein da guckt natürlich ein solches unternehmen auch auf den preis und wird da nicht jedes bauteil von allen seiten bedrucken was natürlich schön wäre wäre natürlich cooler fanservice das zu machen ansonsten die beinstruktur ist auch wieder komplett von allen seiten bedruckt finde ich sehr schön und wenn man sich hier den rücken mal anguckt der figur finde ich auch diese dunkelgrauen akzente zwischendurch ganz schön wobei mir das helle design bei lego eigentlich auch ziemlich gut gefällt im allgemeinen muss ich wirklich sagen gefallen mir die klonfiguren jetzt gerade sowieso ziemlich gut also egal ob von lego oder von dem custom hersteller ohne da jetzt irgendwie partei ergreifen zu wollen wie gesagt ich zeige euch die sachen natürlich nur damit ihr auch mal einen vergleich habt ob man alternativen auch in eure mocks einbauen kann ja nun aber zu meinem absoluten highlight hier in dieser gegenüberstellung und zwar haben wir auf der rechten seite unseren commander kodi aus der no name reihe und auf der linken seite haben wir unseren commander kodi von lego ach ja lego hat ja gar keinen commander kodi ja deswegen hier im direkten vergleich das einzige was commander kodi von lego nahe kommt ist natürlich dieser separator und ich hoffe ja dass 2022 das jahr ist in dem lego mal endlich einen phase 2 commander kodi rausbringt und m&r productions hat ja schon mal ein paar gerüchte in die welt gesetzt dass es eine solche figur geben könnte also es gibt ein zwei sets oder polybags wo der drin sein könnte dieses jahr ich bin selber mal total gespannt und halte mir da auch ein bisschen budget frei um natürlich dieses set egal wie teuer ist es dann auch ist unbedingt zu kaufen weil ich muss ja hier diesen separator unbedingt durch die originale lego figur ersetzen und ja was kann man besser machen an so einer figur vergleichbar zu lego auf jeden fall alles weil es den halt noch nicht gibt allerdings hätte ich natürlich hier oben noch die lampe an dem schirm irgendwie gehabt der schirm bzw dieses visier also auch ein bisschen groß sieht auch aus als wenn es irgendwie ein lackiertes bauteil ist hätte man definitiv schöner gestalten können also aufforderung an lego ich hoffe ihr macht es besser allerdings der körper print mit diesem kleinen jet pad auf dem rücken und den schulterpolstern genauso wie die bauchpartie und der print von dem helm ist eigentlich schon ziemlich passend und ziemlich cool ja mich enttäuscht das nur dass ich hier noch keine commander kodi lego figur stehen habe von daher müssen wir uns leider gottes mit diesem ja pseudo kodi separator brick trainer hier mal zufrieden geben das war es auch soweit mit der zweiten folge dieser kleinen vergleichsreihe und hier habt ihr nochmal alle figuren aus dieser episode und ich muss sagen egal ob fremd hersteller oder lego beide machen einen guten job und bis jetzt ist das ranking ziemlich ausgeglichen meines erachtens bildet aber natürlich eure eigene meinung und wir sehen uns nächste woche mit den bad batch figuren